Ich habe leider kein Translator, ich weiß nämlich nicht, ähm, ich habe kein, ja jetzt nicht über Shop, das ist ja langweilig. Was hat er denn? Auf jeden Fall ist das irgendwie, glaube ich, ein 60 plus. Du hast mich gerade gelegt, Retourkutsche. Achso, der Gladi. Genau, genau, und dann locken wir um auf den 65er, wo ist denn der Shop jetzt gewesen, verdammt, ähm, ähm, da. Oh, sorry, dass wir P4WGP4WP machen. Ja, und dann gleich mal auf einen 60er-Log. Nice one. Ja, ja, ich weiß. Dann habt Zeit, geht raus und sterbt oder lockt aus. Nö, wir labern lieber ne Runde mit dir, ist doch auch fein, oder nicht. So, ich bin draus, warte, warte, warte. Was hast du denn geschrieben? Ähm, nö, wir labern lieber ne Runde mit dir, ist doch auch fein, oder? Gott, dieser Husten. Ja, unsere Charles Pup, ähm, 50, könnten wir den machen, ne? Ja, wahrscheinlich, aber 50 gute Crips, könnten wir den machen. Oh, komm, machen wir den. La, 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 la. Na, kommst du ja nicht hoch? Waff dich lieber ne Runde. Komm doch, komm hier. Äh, kannst du kurz mal neben mir und meinen Satz mit auskorrigieren, weil es passt da rein. Alles. Äh, wie? Wie? Ja, du musst ihn weiterführen. Also. Warte, 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 warte. Okay, ich führe weiter. Aber du musst spiegelverkehrt denken, ne? Welche Seite muss ich stehen? Also, ich hab jetzt hier geschrieben, kauf lieber mal dein Gladi ne Rüstung plus Geld. Ja, beleidige ihn nicht, da kann er doch nichts für. Und du schreibst dazu, dann kannst du mal was auf dein Level legen. Nein, komm, das ist nein, nein. Ey, komm, das ist doch gut. Boah, weißt du dich haut? Ja, ja, so ein bisschen. Wir? Guck mal rein. Dann kann ich. Hast du hier in der Leder? Ja, klar. Ich habe die falsche Tasse wieder gedrückt. Bist du durchgekommen bei Ihnen, oder was? Ja. Ja, no way, weil das ist schon ein 60er. Das können wir knicken. Wir laufen jetzt einfach irgendwo raus und dann soll er... Ja, lol! Rofylkopter. Aha. Aha. Was wolltest du denn Aha sagen? Ah, warte mal. Äh, warte mal. Oh, guck mal, ein kleiner. Also zumindest ein roter. Didi? Was denn? V und C bei einfügen, ne? Was ist, äh, 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 strg? Nein, äh, shift v. Hä? Hä? Oder? Hä? Ja, bring mich nicht durcheinander hier. Wer wohnt denn hier? Lalalalalala. Was machst du denn? Ähm. Blubb. Blubb. So, hier wohnt, äh, Anni Mula. Steht ihr hier eigentlich gerade? Stand hier irgendwas mit Anni Mula? Ah, ne, heißt anders. Lalalala, guten Tag, Brauch. Hab noch ein anderes Makro. Haha, Achtung, Landmine. Was? Ich hab jetzt nicht... Was hast du? Anderes Makro. Ich hab nicht gesehen, ich war außer Reichweite. Ja. Wrennt man ins Akkensheet? Ja. Ja, blubb, seh ich. So? Bob. Gott, reisigen Phönix, reisigen Terrorzwerge. Gott, jetzt sind sie hier alle angetrabt. Sie sitzen zusammen in TS und dann, guck mal her. Die, 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 die. Verweigert. Verweigert? Das ist der, äh, Film 56er. Äh, der verweigert und das da unten ist... Verweigert. Na komm, wir hauen ab. Tch. Ah, Entschuldigung. Hab ich das jetzt wirklich geschrieben? Ja. Hast du. Komm, Blitzangriff auf der Amalie und dann zisch mal weg. Ein, zwei Schläge und dann drauf und weg. Okay. Unten am Boden mein Target. Lalalala. Ja, ja. Ja, 65er Idioten. He, he, he. He, he. Mit Mount. He, he. Bisschen Kiss aufgestanden? Ja. Okay. Aber ich entferne mich gleich davon. Ja, ja, mach mal. Freut euch! Yay, bravo, bravo! He, he. Glückwunsch! Ah je, Helden. Mann, wie arm ist das denn bitte, weißt du? Also, sorry, das ist jetzt nicht unbedingt die Feine irgendwo, ehrlich gesagt, weil wir haben ja nur unseren Spaß halt, ne? Vor allen Dingen, wir sind in einem Gebiet, wo 40 plus ist und, hallo? Ja, PVP. Wir sind dann immer 40. Wir laufen jetzt hier links weg und gut. Wir laufen jetzt in eine andere Richtung. Sollen sie es da mit sich alleine spielen? Ähm. Hä? Was denn? So ein Typen. Ja, es ist halt immer dasselbe, in diesem Spiel, ne? Sich über PVP aufregen und gleich umlocken und es ist ist halt so, es ist ein PVP-Spiel, ganz einfach. Und wenn ich mal überlege, dann... Ah, da rechts sind sie. Komm, komm, komm. Ah, ein Asmo. Ich hab' mir noch'm Baden. So, ich nehm' grad' den Gladdi aus, ne? Ja, wo bist du denn? Da ist der Gladdi. ... Da ist die Spinnen? Da, da... Da... J�... Ja, ja, das sind die Wintern marchen, schon vorhin. was gehst du offenbaren ja ich bin halt weg wieder ich war auf dem baden mit drauf aber wir müssen ein bisschen absprechen dann klappt das auch naja mit brach und pool das hätte schon mitgemacht die 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 jetzt ist nur noch so ein kleiner assassine also hoch ist er und ein 65er jorali ja es sind ja so viele aber wo wir jetzt hin mehr am kist erst mal ganz kurz ausharren hier noch wissen sie nicht wo der kiss ist aber sie haben gesehen welche ecke wir kommen also wenn sie erst mal rumhampeln naja die die grad die 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 wir ein bisschen blöd wenn wir jetzt hier blöde mob edit ich wusste es abholen das weg nee warte warte komm zurück komm zurück komm komm zurück warte 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 die sind da hinten noch lass uns erst mal umhauen hier ja da sehen wir aber werte nein noch nicht dazu müssten sie vorne am eingangst stehen so warte ganz kurz regen noch sehen sie nicht die werte es ist ungefähr so 30 meter 50 meter radius also bis zum eingang locker dann sehen sie erst die werte wort so glaube keine ahnung wir laufen jetzt runter dann auch richtung ruin oder so aber ganz außenrum warte wir laufen jetzt gelbe Markierung, äh, rote auf Map. Nur schnurstracks entlang den Rand und dann bis dahin. Ich denke, da werden sie nicht sein. Okay? Ja. Gut. Ohne großartig Edden nicht aufhalten an irgendeinem Mob oder ähnliches. Einfach laufen.